Heute zeigen wir euch Marlene und das nervige Mai-Fest. Oh Mann, das blöde Mai-Fest. Ich hasse die Musik, weil die so laut ist. Ich muss mir noch überlegen, wo ich heute Abend schlafe. Das ist ja nie kaum zu auszahlen. Schnell weg, diese Musik ist furchtbar. Ich will heute Nacht bei Oma Maike schlafen, da ich aber morgen keine Zeit habe, geht das nicht. Und dann muss ich diese bescheuerte Musik angucken. Das nervt. Guck ich mal, wo ich schlafe. Ich suche mir das rückste Zimmer in unserem Haus. Diese Musik ist so schlimm. Echt nervig, bescheuerte, laute, laute Musik. Das ist nichts zum Aushalten. Das war ein autistischer Einblick von Marlene.